Ja, die Zerstörung der CDU hatte bei RISO, ja ich glaube, was weiß ich, die Sendung hat glaube ich 18 Millionen Klicks oder so erreicht. Das natürlich nicht. Jetzt erschien eine Sendung die Zerstörung der Basis. Manches ist durchaus berechtigt an der Kritik, manches falsch als, weil neoliberal, wo finden sie auf die Schnelle das? Der schnellste Weg ist so, man geht hier hin auf unsere Homepage nextscientistforfuture.de, zieht runter, guckt nach den Links, hier steht es, Live-Ticker-Wahlen, klickt da drauf, dann kommt man hier hin. Dann sieht man hier der beste TV-Sender und wenn man hier drauf klickt, dann findet man sogar die neueste. Die neueste ist also die sechste Playlist, die Playlist Nummer 6. Da findet man noch andere interessante Sender, aber das ist nun mal der beste Sender, den es überhaupt gibt im Fernsehen, überhaupt. Der alles Wichtige sammelt, natürlich auch gerupft durch die vielen Zensurmaßnahmen und Löschaktionen von YouTube. Aber da kommt auch vieles wieder, wenn die entsprechenden Streiks abgelaufen sind, sozusagen. Streiks abgelaufen sind. Ja, und dann findet man hier zum Beispiel, hier so heißt es, die Zerstörung der Basis. Wo Volker Bruch falsch liegt, der ein Schauspieler, der jetzt wohl auch Mitglied bei die Basis geworden ist. Und die Zerstörung der Basis ist ja seit die Zerstörung der CDU der normale Name für Kritik. Ja, und was sind die Inhalte? Ja, es wird eben auch gesagt, dass erstens nichts, erst mal nichts greifbar ist. Praktisch nichts Konkretes da ist, warum man diese Partei wählen sollte. Und wo es konkret würde, sei es total widersprüchlich. Und ja, und dann, aber interessant ist der Punkt, dass er sagt, dass der Basis wohl entgangen ist, dass gerade die Demokratie, also die Mehrheit der Menschen ja für die Corona-Maßnahmen war und immer noch ist. Ja, weil er zeigt auf, dass Frau Merkel sich immer nach den Umfragen richtet. Und immer dann, wenn die Mehrheit der Bevölkerung irgendwas will, dann macht sie das, egal wie, was, wo. Und jetzt kommt aber auch der Punkt, dass der Kritiker selber, natürlich selber wiederum gar nicht versteht, sozusagen, dass er aus seiner neoliberalen Perspektive eben gar nicht richtig versteht, woher kommt denn die Tatsache, dass die Bevölkerung so extrem daneben liegt, zum Beispiel beim Klima oder bei den Gesundheitsthemen und so weiter. Wieso liegt denn die Bevölkerung so krass daneben? Naja, eben genau wegen dessen, was ja unser Hauptthema jetzt ist, nämlich unsere Hauptaussage ist ja mittlerweile, dass Selbsterkenntnis der einzige Schritt zur Besserung für die Welt ist. Denn nur wenn ich als Wählerin erkenne, dass alle Sparten der Gesellschaft mich von klein auf gefüttert haben mit ihren Vorteil bringenden Irrtümern, die mich also dazu manipuliert haben, einer Politik zuzustimmen, die einzig den Sparten nutzt, aber mir schadet. Dass ich also sozusagen ein Lobbyist wie der Willen wurde, weil ich quasi zum Kämpfer für das wurde, was mir schadet. Also schauen wir uns das, machen wir uns das nochmal anhand des Schaubildes klar. Bitte unten rechts wieder die Wunschgeschwindigkeit einstellen, da ich jetzt gleich ja noch langsamer reden werde. Ja, wir gehen ja bei uns mal kurz hier drauf. Ja, also sozusagen, die Gesundheitssparte breitet ihre vorteilbringenden Irrtümer aus. Mikroorganismen sind das Wichtigste bei der Gesundheits- und Krankheitsfrage. Ernährung, Immunsystem, Sport, immunfördernder, gesunder, glücklicher Lebensstil. Alles unwichtig. Mikroben sind die allmächtigen Gesundheitsgefährder und die müssen bekriegt werden mit Impfungen, Tests und Masken und so weiter. Ja, das ist der vorteilbringende Irrtum, an dem die Medizinsparten sozusagen in den letzten 50 Jahren vehement gefeilt haben. Und jetzt den großen Erfolgsdurchbruch erzielt haben. Also die Gesundheitssparten, in denen evoluieren sich die vorteilbringenden Irrtümer, die so richtig Geld in die Kasse bringen. Dadurch werden Sie, liebe Wählerinnen, egal ob Sie einer anderen Sparte angehören, also irgendwo hier am Rande einer anderen Sparte der Gesellschaft angehören, oder ob Sie zu den spartenfreien Wählerinnen gehören. Vielleicht sind die spartenfreien nur ein kleiner Kreis hier in der Mitte und die Sparten hier am Rande gehen vielleicht bis hierhin sozusagen, also sehr weitgehend. Aber egal, ob Sie jetzt hier in der Mitte sind und also zu spartenfreien Wählerinnen gehören oder ob Sie selbst zu irgendeiner anderen Sparte gehören oder ob Sie selbst zur Gesundheitssparte gehören. Sie alle werden jetzt gefüllt, Ihre Gehirne werden gefüllt im Sinne von parasitären Memen, Killer-Viren des Geistes, werden Ihre Gehirne gefüllt mit den vorteilbringenden Irrtümern der Gesundheitssparten. Dadurch wird Ihr Leben zerstört und eingeschränkt. Ihre wirtschaftliche Grundlage wird vielleicht zerstört, wenn Sie zu irgendwelchen Sparten gehören. Und Sie werden unter Druck gesetzt, bei den Gesundheitssparten Käufe zu tätigen, indem Sie Impfungen kaufen, Tests, Masken und so weiter. Kaufen, kaufen, kaufen. Egal, ob Sie das über die Krankenkasse kaufen, aber das Kaufgeld haben Sie ja dann schon vorab geleistet durch Ihren Krankenkassenbeitrag, Krankenversicherungsbeitrag. Also auf jeden Fall werden Sie zum Käufer gemacht, zum Konsumenten. Und diese Sparte gewinnt, aber sogar alle Beteiligten der Sparte verlieren, weil Sie ja auch die vorteilbringenden Irrtümer glauben und zumindest teilweise deren Opfer werden. Ich habe ja schon mal beschrieben, dass es bei manchen Ärzten die Mechanismen gibt, dass sie die Maßnahmen, Schluckwasser, die Sie bei den Patienten anwenden, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben, merkwürdigerweise bei sich und Ihrer eigenen Familie oft nicht anwenden, weil sie Ihnen dann doch zu gefährlich sind und zu schädlich sind. Also da gibt es schon so eine gewisse Teilbewusstheit, haben wir das genannt, eine Teilbewusstheit darüber, die aber irgendwie merkwürdigerweise immer dann aussetzt, wenn man Patienten, fremden Patienten vor sich hat, dann setzt diese Teilbewusstheit aus und man verkauft ihm, ohne mit der Wimper zu zucken, schädliche Dinge, die aber Profit bringen, wie unnötige Operationen, unnötige Chemotherapien und, und, und. Aber wenn man dann einen Verwandten vor sich sitzen hat, dann plötzlich, ja, plötzlich kommt so eine Teilbewusstheit auf und man sagt, ja, ich weiß nicht, also ich selber würde es bei mir nicht machen, ja, mir wäre das zu gefährlich, zu riskant, zu schädlich und so weiter, ja. Aber gut, insofern, aber viele Ärzte wenden auch vieles der vorteilbringenden Irrtümer auf ihr eigenes Leben an, denken wir nur dran, wie bereitwillig Ärzte auch Medikamente schlucken und oft tablettensüchtig werden und so weiter. Also von daher kann man sagen, teilweise werden auch die Vertreter einer oder Mitglieder einer Sparte auch Opfer der vorteilbringenden Irrtümer derselben. Aber die Sparte insgesamt profitiert natürlich, also finanziell, auch wenn andere Schäden dann auftreten. Aber auf jeden Fall läuft die Evolution so, dass zunächst einmal, vielleicht kann man es so sagen, die Sparten erzielen mehr finanziellen Profit, als sie sich durch den Glauben an ihre eigenen vorteilbringenden Irrtümer selber wiederum Schäden zufügen. Ja, also der Arzt, der zum Beispiel übermäßig selber übermäßig viel Medikamente zu sich nimmt, der fügt sich natürlich einen gewissen gesundheitlichen Schaden zu. Aber auf der anderen Seite profitiert er vehement finanziell und hinterlässt so viele gut genährte Kinder in die Zukunft hinein und so weiter. Und dadurch breitet sich dieses Schema immer weiter aus, weil die Schäden an der eigenen Gesundheit, durch das zu viele Medikamente konsumieren, nicht so dramatisch sind. Ja, und was jetzt dieser Neoliberale nicht sieht, ist diesen ganzen Prozess, nämlich dass freier Markt quasi genau dazu führt, dass also jetzt alle, nämlich die alle hier, die gesamte Kugel, der gesamte Kuchen der Gesellschaft infiziert wird von den vorteilbringenden Irrtümern der Gesundheitssparten, durchseucht wird im Sinne von parasitären Memen, Kinderviren des Geistes und dadurch alle infiziert sind. Ja, und durchseucht sind und jetzt passiert dann Folgendes, da ganz viele Menschen das jetzt für Wahrheit halten, ganz viele darauf hineinfallen, übernehmen sie das in ihren Kopf und vertreten jetzt bei jeder Diskussion teilweise aggressiv bis zu Beleidigungen und bis zu Diffamierung und Angriffen und Aggressionen und bis hin zur Gewalt, verteidigen sie jetzt als Lobbyisten widerwillen, kämpfen sie für die weitere Ausbreitung des vorteilbringenden Irrtums der Gesundheitssparten. Sie werden also zu nichtbewussten Lobbyisten widerwillen und verbreiten letztendlich aber nicht nicht nur die vorteilbringenden Irrtümer der Gesundheitssparten, sondern die vorteilbringenden Irrtümer all der anderen Sparten. Hier, was weiß ich, Pädagogensparten, Sozialsparten, inklusive Arbeitsamtmitarbeiter und NGOs, die gefährlichsten Teile der Sozialsparten, die NGOs und Rüstungssparten und so weiter. All diese riesigen Gewissensparten hier, die man vielleicht viel dicker zeigen muss, weil die Frage ist, wie viele Menschen gibt es, die zu keiner Sparte gehören. Das sind ja nicht so viele und immerhin alle Kinder zum Beispiel, obwohl die dann auch über ihre Eltern zu gewissen Sparten gehören. Naja, also egal egal wie dick diese Sparten nun am Rande sind, wie dick man die jetzt einzeichnen müsste oder man kann ja auch mehrere Sparten müsste man vielleicht hier übereinander zeichnen, man müsste sozusagen wie so eine Schnecke eine Kette von Sparten hintereinander schreiben, die sich immer mehr, die dann hier in der Mitte dann ein kleines Stück freilassen sozusagen, ja und jetzt ist es so, dass das Weltbild jedes Menschen von heute also ein L WWW ist, nicht World Wide Web, sondern ein Lobbyist, wie der Willen Weltbild ist, das heißt all die vorteilbringenden Irrtümer, die das Gehirn nicht abgelehnt hat, weil von wegen, das ist ja Unwahrheit, sondern als Wahrheit interpretiert hat, bauen die Menschen in ihr Weltbild ein und das Weltbild ist insofern ein zusammengestückeltes Lobbyisten Widerwillen Weltbild manches wird nicht reingenommen und wird als unwahr erkannt und was machen die jetzt gerade die 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 ganzen gesundheitskritischen Denker die machen den Fehler, dass sie zwar die manche vorteilbringende Irrtümer hier in dem Geschäft mit Impfungen, Masken und Tests erkennen, aber wiederum zum Beispiel die vorteilbringenden Irrtümer der Sozialsparten, der Pädagogensparten, der Heilpraktikersparten und aller möglichen Sparten wieder als Wahrheit interpretieren und ihr Weltbild aufnehmen und deswegen dann eigentlich eine Lobbyistenpolitik machen und man wollte doch ursprünglich eine Politik jenseits des Lobbyismus machen und jetzt aber zu der Frage des Kritikers die Mehrheit der Bevölkerung will doch demokratisch genau sieht doch die Sache demokratisch genau so wie die Gesundheitssparten ja und der versteht eben genau als Neoliberaler dem Neoliberalen fehlt völlig das Verständnis wie also Markt Arbeitsteilung und Tauschhandel also besonders freier Markt zwangsläufig dazu führen dass eben jede Sparte auch alle Konzerne und alle Firmen ihre vorteilbringenden Irrtümer in die Gehirne der Menschen hineinpressen und damit dann auch die demokratischen Entscheidungen ganz im Sinne der Sparten gefällt werden ja also ist es ganz normal für den bösartigen patriarchalen Raubtierkapitalismus dass die Masse der Menschen die vorteilbringenden Irrtümer der Gesundheitssparten übernommen hat und selber zum Lobbyisten wieder Willen geworden ist und jetzt die anderen Menschen nötigt du musst eine Maske tragen du musst dich doch impfen lassen du musst doch 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 das ist ganz normal wie kommen wir jetzt zu einer echten Demokratie das bedeutet doch auf deutsch echte Demokratie kann es erst dann geben wenn die vorteilbringenden Irrtümer weg sind und wie lassen wir die aussterben ja wie lautet unsere Formel vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize das heißt erst wenn die Gesundheitssparte nur noch dann am meisten Verdienst Zuschüsse kriegt wenn mein Wohlfühlen wenn sie mein Wohlfühlen meine Gesundheit meine Langlebigkeit maximal verbessert jetzt gucken wir uns mal an was gerade geschieht durch die vorteilbringenden Irrtümer der Gesundheitssparten wird im Moment das Wohlfühlen vieler Menschen angegriffen auch meines Sportmangel sage ich nur Bewegung Sportmangel dass mir mein Sport verboten wird dann für andere Menschen gibt es noch viel mehr Wohlfühlen Einschränkungen da kann jeder so sein persönliches Lied singen dann sozusagen Gesundheit die ganzen Maßnahmen aber auch die Falschbehandlung die iatrogenen Schädigungen also die durch den Arzt verursachten Schädigungen und Tötigungen also iatrogene Schädigungen und iatrogene Erkrankungen und iatrogene Tötungen ja das heißt viele riskante Behandlungen werden angewendet die eigene Schäden hinterlassen und 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 ja also werden auch die Gesundheitsdaten der Bevölkerung sich im nicht verschlechtern durch all die Maßnahmen ne dann die Langlebigkeit das ist natürlich jetzt ein schwieriges Kriterium weil sozusagen ja jetzt schwierig ist sozusagen zu sagen sterben jetzt die Menschen früher wegen der Handlungen der Gesundheitssparten und ihres Einflusses auf die Weltbevölkerung sterben die Menschen also jetzt iatrogen also durch den Arzt verursacht oder sterben sie wie behauptet an den Mikroben also an den Mikroorganismen ja das ist ja eine interessante Frage aber insofern würde man jetzt vielleicht so etwas wäre dabei das die Schwierigkeit sicherlich aber wir hätten dann wenn wir positive Anreize setzen hätten wir doch das Problem die Situation dass jede Praxis anders umgehen würde ja also bei uns ist ja so durch unsere Reformen kriegt ja jede Praxis werden erstens alle Praxen kriegen den Zugang zu allen Krankenversicherungen und werden einer Leistungsmessung unterzogen das heißt also die Gesundheitssparte spaltet sich auf die verliert ihre McDonald's Einheitlichkeit wo jeder wo jeder Filiale den Hamburger gleich zubereiten muss kriegt jeder Arzt und jede Praxis eine völlige Behandlungsfreiheit das heißt die können nach gut dünken tun und lassen was sie wollen das ist ganz wichtig damit es zu Unterschieden kommt aber wir kontrollieren das natürlich extrem streng indem wir im Sinne der Stiftung Warentest sie haben es ja schon mitgekriegt dass wir sagen wir müssen zum Prinzip machen dass die Ausweitung des Stiftung Warentest Prinzips auf alles das heißt positive Anreize setzen in Art der Stiftung Warentest wie setzt die Stiftung Warentest positive Anreize die untersucht sagt das beste Preis Leistungsvorhältnis beim Kühlschranken hat das Modell XY dadurch kaufen mehr Menschen diesen Kühlschrank es kommt dadurch zu finanziellen Verdienst Zuschüssen für den Hersteller dieses Produktes sozusagen und er wird quasi belohnt für einen zumindest vermeintlich guten Kühlschrank und diese Stiftung Warentest isierung und der Gewalt die wir vorschlagen um da eben anhand dieser Stiftung Warentest Testisierung egal wie man das ausspricht der Welt sozusagen werden die positiven Anreize gesetzt zu denen Verdienst Zuschüsse gehören können Karriere Verbesserung der Karriere Aussichten und so weiter Schluck Wasser und jetzt würden also hier diese Sparte die sich ja in tausende Praxen aufteilt würde jede Praxis etwas anders vorgehen und auch ganz anders umgehen und anders behandeln zum Beispiel manche Leute auf Intensivstation auf die Partner Intensivstation mit denen man vielleicht kurzfristigen Vertrag macht die eine Praxis schickt manche Leute auf die Intensivstation die andere Praxis macht das fast nie und dann könnte man sehen wo in der Summe weniger Todesfälle sind was man ja an den Wohlfühlstimmen sehen könnte die nämlich bei Todesfällen vor dem 127 Lebensjahr automatisch ja dann auf die sieben geschaltet werden also auf die schlechtest möglichste aller Wohlfühlstimmen nämlich sieben ja wir beginnen ja alle mit der Schulnote drei bis vier und dann wenn man dann sterben würde hüpft man ja auf die sieben und dieses sieben läuft weiter bis zum 127 Lebensjahr läuft für einen weiter man läuft also auch wenn man längst gestorben ist Geburtstag sozusagen weiter und ja und wird gewertet mit einer sieben ja und jetzt würde man dann vielleicht feststellen welche der Praxen zum Beispiel die eine Praxis schickt mehr Leute auf die Intensivstation die andere fast keine ja und dann würde rauskommen welche von denen hat in der Summe dass in der Art wie sie ihren Kunden rät mit dem Thema umzugehen mit dem Thema Mikroben umzugehen Mikroorganismen umzugehen und so weiter und ja und dann wird sich wird sich zeigen welche Praxis den richtigen Kompromiss macht der zu mehr Wohlfühlen zu am meisten Wohlfühlen am meisten Gesundheit am meisten Langlebigkeit bei den Kunden geführt hat Steigerung der Wohlfühlnoten Veränderungen beim Gesundheitsaufwand Veränderungen ja Stichwort Gesundheitsaufwand Erwartungskurve verglichen mit dem tatsächlichen Gesundheitsaufwand sodass also ja der chronisch Schwerkranke ja mit einer viel höheren Gesundheitsaufwand Erwartungskurve eingetragen ist und wenn dann die Praxis es schafft dass dieser Mensch etwas weniger Aufwand braucht in Zukunft weil er sich immer gesünder entwickelt dann gibt es aus der Diskrepanz wird das Honorar entwickelt es interessiert uns also nicht der absolute Wert sondern nur der relative Wert sodass dann die Ärzte auch ein riesiges Interesse haben möglichst viel Schwerkranke und chronisch Kranke in ihre Praxis zu locken um zu zeigen zeigen zu können was sie können weil sie bei einem chronisch kranken vorher chronischen kranken kann man durch Gesundheitsförderungsmaßnahmen durch Linderung der chronischen Erkrankung natürlich viel größere Gewinne erzielen als bei jemandem der schon von vornherein aus einer chronisch gesunden Familie stammt und schon sein ganzes Leben lang chronisch gesund war wie wollen sie da einen Unterschied machen durch Gesundheitsförderungsmaßnahmen das ist jedenfalls etwas schwieriger während bei einem schwer chronisch kranken kann eine Praxis eben relativ leichter einen großen Unterschied bewirken so und dadurch würden wir jetzt bei den Gesundheitssparten durch diese Unterschiede würde es dann zu einer Evolution kommen dass natürlich die Leute mit den Füßen abstimmen würden und natürlich möglichst in die Praxen strömen würden die in den Ranglisten der Stiftung Warentest beim Bundeswahlleiter und bei den Landeswahlleitern natürlich ganz oben liegen sodass man in der Umkreissuche sucht aha in meinem Viertel ist der und der Arzt und der steht in der Stadt auf der hat die höchste Ranglisten Position von den Ärzten oder Praxen meines Viertels und und den da da bitte ich um Aufnahme als sozusagen dass ich dann geführt werde als Funde der sich diese Praxis als Hauspraxis gewählt hat ja und dieser Neoliberale der diese kritische die Zerstörung der Basis also gesendet hat der erkennt diese diese Mechanismen nicht dass ja die vorteilbringenden Irrtümer quasi die Demokratie unterminieren weil wer genügend Geld hat seine vorteilbringenden Irrtümer in die Gehirne der Bevölkerung zu pressen verfälscht natürlich damit die demokratischen Entscheidungen weil die Wählerinnen ja manipuliert werden Lobbyisten widerwillen werden und quasi sogar aktiv und aggressiv kämpfen für die vorteilbringenden Irrtümer die die verschiedenen Sparten mit oft Milliarden Beträgen in die Gehirne der Bevölkerung hineingepumpt haben bestimmte Sparten wie die Sozialsparten oder die Pädagogensparten die brauchen keine Milliarden die werden auch so zum Beispiel von den Massenmedien multipliziert und geraten auch ohne große Finanzspritzen in die Gehirne der Bevölkerung hinein Ja und deswegen gilt der Satz Selbsterkenntnis ist der einzige Schritt zur Besserung für die Welt das heißt wir müssen jetzt den Parteipolitikern den Politikern und den Parteien helfen diese Selbsterkenntnis zu gewinnen wo sie selber Lobbyist also selber Virenträger sind also Killer Viren des Geistes im Kopf tragen wo sie selbst Lobbyisten wider Willen sind wo sie selbst vorteilbringende Irrtümer irgendwelcher Spaten glauben und dann müssen diese Parteien und Politiker und dann aber auch die Wählerinnen befreit werden von den vorteilbringenden Irrtümern und wie macht man das wie ich es eben beschrieben habe indem die Praxen große Verdienst Zuschüsse kriegen weil plötzlich die Abstimmung mit den Füßen bewirkt dass die Praxen die besten Gesundheitsergebnisse haben den größten Gesundheitsnutzen und Wohlfühlensnutzen erzielen bei ihren Kunden dass natürlich da die Abstimmung mit den Füßen stattfindet die kriegen immer größere Verdienst Zuschüsse verdienen also immer mehr und werden belohnt und werden Ausbilder anderer und dann gehen die anderen Praxen lassen sich ausbilden und weiterbilden von den Praxisleitern und deren Kompetenz und deren Team weiterbilden und überall helfen quasi die erfolgreichen Praxen die also quasi kaum noch Vorteilbringende Irrtümer in ihren Köpfen haben die helfen den anderen und die Next Scientists for Future machen dasselbe sogar kostenlos und schulen alle Praxen kostenlos sozusagen während die anderen Praxen die machen das natürlich nicht unentgeltlich aber die Next Scientists for Future machen diese Schulung kostenlos mit ihren Medizin Professoren und Ärzten und so weiter und ja und dadurch werden die vorteilbringenden Irrtümer immer seltener sterben aus weil wir jetzt ja überall positive Anreize am Wirken haben durch die Stiftung Warentestisierung der Testisierung der Gesellschaft sagen wir es mal so Stiftung Warentestisierung der Gesellschaft schlimmes Wort die Stiftung Warentestisierung der Gesellschaft ist aber auch einprägsam und diese durch diese Stiftung Warentestisierung sind werden ja quasi bringen die positiven Anreize die damit verbunden ausgeschüttet werden wie am Beispiel des Kühlschranks gezeigt führen dazu dass die vorteilbringenden Irrtümer aussterben und wenn wir das bei allen Sparten machen sterben überall die vorteilbringenden Irrtümer aus überall breiten sich dann ja die dann ja vorteilbringenden Wahrheiten aus die Bürger sind zukünftig keine Lobbyisten mehr wieder Willen mehr und haben auch kein Lobbyisten wieder Willen Weltbild mehr sondern haben ein annähernd wahrheitsorientiertes Weltbild und ihre demokratischen Entscheidungen werden immer realistischer und immer sinnvoller und immer besser qualitativ immer besser sodass dann eben die Masse der Bevölkerung zum Beispiel durch diese Aufklärung auch auf irgendeinem plötzlich neu auftauchenden Irrtum in den Gesundheitssparten nicht mehr reinfallen nicht mehr reagieren nicht mehr reinfallen und deswegen dann auch die Mehrheit die politisch richtige Entscheidung trifft und dann wird die Demokratie also je mehr vorteilbringende Irrtümer aussterben durch die positiven Anreize im Rahmen der Stiftung Warentestisierung der Gesellschaft umso besser werden auch die demokratischen Entscheidungen weil die Wählerinnen auch überall sehr viel mit Wahrheiten konfrontiert werden und nur noch selten mit Irrtümern konfrontiert werden und hoffentlich dann einigermaßen gute politische Entscheidungen treffen werden Die Versuchung ist ja immer so auch bei diesem Neoliberalen dass du sagst naja sozusagen Demokratie ist vielleicht an sich problematisch weil ja da so viel inkompetente Leute mitwählen können aber wenn wir uns nochmal klar machen dass sowieso nur etwas mehr als 50% der Menschen in Deutschlands überhaupt zu den Wahlen gehen also am Wahlprozess überhaupt teilnehmen dann und das statistisch einfach so ja feststeht dass die sozial Schwächeren eben je sozial schwächer jemand und je weniger kompetent jemand desto weniger geht er auch zur Wahl also wir können sagen schon etwas mehr als die Hälfte der kompetenteren Menschen des Landes geht durchaus zur Wahl also kann man da hoffen dass es dann zu relativ vernünftigen Entscheidungen kommt wenn mal erst die Masse der vorteilbringenden Irrtümer ausgestorben ist und letztendlich ja die Demokratie hat zwar den Nachteil dass dabei natürlich auch etliche inkompetente Leute zur Wahl gehen dürfen aber was ist die Alternative ja so sehe ich zum Beispiel vermute dass die Professoren des Weltrates der Versuchung sich in Diktatoren zu verwandeln die irgendwann vielleicht Irrtümer verfolgen und die dann mit Gewalt als Diktatoren durchsetzen würden aber die Gefahr ist einfach immer gegeben ja natürlich ist es so dass so Leute wie Stalin oder Mao die waren schon vorher diktatorisch gestimmt die sind also und es gibt auch die Beispiele dass es den einen oder anderen König gab der eben wirklich versuchte wirklich Gutes zu tun für seine Bevölkerung ja aber das Risiko ist einfach immer gegeben dass auch die Weltrat Professoren und auch die Next Scientists for Future Mitglieder dass auch die Arbeitskreis Mitglieder Next Scientists for Future Punkt die irgendwann vielleicht abrutschen könnten in diktatorisches Durchsetzen von irgendwelchen Irrtümern und dadurch dann Schäden anrichten können also so dass wir sagen ja die Demokratie ist einfach sozusagen schützt uns vor möglichen diktatorischen Entgleisungen und deswegen müssen wir sie bejahen weil wir nicht ausschließen können dass sogar der Weltrat und die Next Scientists for Future die von Platon beschriebene Philosophen Regierung sozusagen dass die eben auch entgleisen kann und Platon selbst war so voll von vorteilbringenden Irrtümern also das wäre eine Katastrophe gewesen wenn er und andere Philosophen da also regiert hätten das wäre auch wieder eine Art Diktatur der Irrtümer geworden so dann lese ich noch mal vor was hier noch so an Tagesthemen sonst noch steht der also noch einmal der Kernsatz Selbsterkenntnis ist nicht nur der erste Schritt zur Besserung sondern Selbsterkenntnis ist in Wahrheit gilt der Satz Selbsterkenntnis ist der einzige Schritt zur Besserung für die Welt für die ganze Welt weil wir ohne dieses Thema bitte wo bin ich obwohl ich die die vorteilbringenden Irrtümer meiner eigenen Sparte der Gesundheitssparte erkannt habe und meinen Beruf als Gesundheitsspartler freiwillig niedergelegt habe aber ich könnte ja trotzdem randvoll sein mit vorteilbringenden Irrtümer irgendwelcher anderer Sparten noch ja also deswegen muss sich jeder auch immer jedes Mitglied von Weltrat und next scientists for future .de immer wieder für die Frage öffnen wo bin ich selbst immer noch Lobbyist wieder willen also immer noch voll von irgendwelchen vorteilbringenden Irrtümern irgendwelcher Sparten das ist die Schlüsselfrage für alles und ich werde versuchen heute Abend in der Talkrunde Talkshow diese Frage ganz an den Anfang zu stellen und auch zu schildern dem heute ist wahrscheinlich ein Arzt zu Gast und werde der auch eben werde ansprechen ja sie Herr Doktor und ich selbst ja ich selbst habe irgendwann einen Teil der in meinem Studium erworbenen Irrtümer meiner Sparte vorteilbringenden Irrtümer denn sie haben mir durchaus gutes Geld gebracht und gute Einnahmen gebracht hinterfragt und habe sie dann aufgegeben und ich nehme an Herr Doktor sie haben irgendwie auch Teile dessen was sie im Medizinstudium gelernt haben was man ihnen so als Irrtümer so eingetrichtert hat während des Studiums irgendwann als zwar vorteilbringende aber dennoch als Irrtümer erkannt haben und sie dann mit Rücksicht auf ihre Patienten sozusagen diese Irrtümer aufgegeben und sie hinter sich gelassen so wie ich auch und daraus hat der Weltrat also quasi die Next Scientist for Future haben daraus die Gesamterkenntnis gemacht dass es eben die einzige Rettung für die Welt ist dass wir alle jetzt uns in einen Prozess begeben zu hinterfragen und ich stelle die Frage jetzt hier an sie und an die eventuell vorhandenen anderen Personen in der Talkrunde oder vielleicht machen wir heute nur ein Zweiertag Talk wie bei Punkt Preradovic Schluck Wasser und ja das heißt alle Probleme werden nur lösbar wenn wir uns alle konzentrieren darauf ich frage die Runde wo meinen sie in mir noch den Lobbyisten wie der Willen und ein Lobbyisten wie der Willen Weltbild LWW sehen zu können entdecken zu können wo meinen sie in mir noch irgendwo wirkende vorteilbringende Irrtümer erkennen zu können für die ich Lobbyist wie der Willen bin denn ich will ja keine Irrtümer verbreiten sondern nur Wahrheiten bewusst jedenfalls wo ist das mir eventuell nicht bewusst dass ich immer noch vorteilbringende Irrtümer in mir trage aufgrund derer ich ein Lobbyist wie der Billen bin immer noch und es wäre schön wenn die anderen in der Talkrunde sich diese Frage selber auch stellen könnten zum Beispiel Politiker wenn Politiker anfangen könnten sich diese Frage zu stellen der vorteilbringende Irrtum der Politiker nämlich Lobbyisten und Konzerne sind eine gute Quelle von Informationen für politische Entscheidungen dieser vorteilbringende Irrtum zu welchem Vorteil führt er eigentlich der führt zu dem Vorteil dass so die Geschenke der Wirtschaft wahrscheinlicher werden denn sozusagen durch den vorteilbringenden Irrtum übernimmt der Politiker öfters Ideen von Lobbyisten und Konzerne und dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit dass es Parteispenden an seine Partei gibt dass es auch es gibt ja sogar Abgeordnetenspenden dass also an ihn gespendet wird und an sein Büro gespendet wird und so weiter und es kann ja auch zu direkter Bestechung führen außerdem wird man eingeladen unter Freunden und daraus entstehen wieder einträgliche Kontakte und so weiter und deswegen muss eigentlich das Gespräch mit jedem Politiker und jedem Parteimitglied auch so immer so sein dass wir sagen ja bitte sagen sie mir wo bin ich noch Lobbyist wie der Willen mit vorteilbringenden Irrtümern im Kopf und empfehle deswegen falsche Reformen oder schlechte Reformen und aber lieber Politiker liebes Parteimitglied bitte stellen auch sie doch die Frage an uns wo bin ich Lobbyist wie der Willen voll von vorteilbringenden Irrtümern eventuell ohne dass mir das bewusst ist ja also Selbsterkenntnis ist der einzige Schritt zur Besserung für die Welt unser vorheriger Versuch nämlich dass es dass unsere Reformen ja bei 56% der Wählerinnen also quasi die Benennung unseres Weltbildes positive Reaktionen auslöste das reicht wohl nicht also wir haben den Eindruck mittlerweile ist das sind die Menschen so verhärtet als Lobbyisten wider Willen dass es zumindest hier so auf die Schnelle mit den Kleinparteien und mit den vorhandenen Parteien eben nicht klappt und weil wir eben im Moment sowieso zu wenig Wähler erreichen können Wählerinnen erreichen können wir haben ja hier nur das Internet Fernsehen und es ist eben so dass die Masse der Leute die zur Wahl gehen wahrscheinlich gar nicht Internet Fernsehen guckt also das müssen wir uns nochmal ganz klar anschauen hier damit man die Welt richtig versteht es kann sein dass also hier also diese Leute etwas über 50% diese Leute von diesem von diesem Bereich hier die da gehen viele Leute zur Wahl von diesem Bereich der Gesellschaft von diesem Bereich der Gesellschaft gehen nur ganz wenige zur Wahl sind also erst einmal für eine Partei völlig unwichtig und sollten erst einmal nicht beachtet werden denn sonst kommt man nie über die 5% Hürde man muss also um über die 5% Hürde zu kommen eigentlich künstlich erst mal diese Menschen hier alle ausblenden denn die wählen nicht und erst mal sollte man Politik machen die diesen hier gefällt denn nur die gehen zur Wahl und jetzt ist die Frage ich vermute dass das normale Fernsehen dass ein Großteil der Menschen überwiegend hier dieser Menschen hier überwiegend nur normales Fernsehen schaut und das Internetfernsehen fast überhaupt nicht beachtet wird fürchte ich aber ein großes im Internetfernsehen tummeln sich also überwiegend Leute aus diesem Bereich hier denn es ist ja quasi so alles das was das große Fernsehen für nicht beachtenswerten zählt das hat tummelt sich mehrheitlich im Internetfernsehen und dadurch sozusagen kommt es natürlich auch zu einem Übergewicht dass eher solche Menschen hier dann auch Internetfernsehen gucken und das bedeutet dass es in Internetfernsehen für uns natürlich nicht möglich ist unsere 56% zu realisieren weil uns diese Leute hier ein Großteil dieser Leute gar nicht mitkriegt gar nicht Sendungen von uns schaut und schauen kann und jedenfalls nicht oft genug um dann uns zu abonnieren und uns dann regelmäßig zu schauen und die stolpern ja auch nicht über den von uns genannten besten Sender der also wirklich noch mal besser ist weil er auch alles sammelt von Arte von von Dreisat und 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 alles eine Sammlung aller guten Sendungen macht nicht nur unsere Sendungen und ja von daher ist es so dass wir im Moment es schwierig haben und deswegen müssen wir auf die Karte setzen dass nicht unser Weltbild mit seinen Reformen an sich genügend überzeugen kann sondern wir müssen mit jedem Einzelnen mit dem wir sprechen in diesen Prozess reingehen Selbsterkenntnis ist der einzige Schritt zur Besserung für die Welt und ja und was noch in diesem Video in diesem Kritik Video hier die Zerstörung der Basis drin war ist auch natürlich der richtige Hinweis dass die Basis von vom Deutschlandfunk vom Tag vom Tagesspiegel von den Mainstream-Medien eben zerrissen wird als angeblich und vermeintlich rechtslastige Partei Querdenker und so weiter und ja also und die Basis dass sie das zugelassen hat weil sie sich nicht richtig positioniert hat hatte ich ja schon gestern gesagt dass das ein großer Schwachpunkt ist und dass die Basis selber sich nicht genügend dagegen gewährt hat dass sie jetzt so diffamiert wird in den Großmedien und dann wurde aber auch in der Sendung die Zerstörung der Basis auch deutlich dass die Basis auch in anderen Bereichen für staatliche Gammelei steht ja also die die Basis neigt dazu so vieles zu verstaatlichen wie diese Sendung aufzeigt dass dann nicht nur ein staatliches Gammelgesundheitssystem rauskommt wo die Heilpraktiker und alle anderen und die Schulmediziner gemeinsam das große Gammeln anfangen können weil überhaupt keine Leistungsmessung stattfindet also keine Stiftung Warentestisierung stattfindet und damit die große Gammelei Einzug hält und nichts und gar kein Druck besteht die bisherigen vorteilbringenden Irrtümer aufgeben zu müssen dadurch kommt es nicht zum Aussterben weil es kommt zu keinem es können sich keine positiven Anreize entfalten und ihre Wirkungskraft entfalten und zum es gelingt dann eben nicht es kommt zu keinem Aussterbeprozess bei den vorteilbringenden Irrtümern so dass die Ärzte in diesem Gammelsystem weiterhin falsch behandeln werden gemäß der früheren vorteilbringenden Irrtümer Ja und das ist dann tragisch Nur unsere Reformen mit den positiven Anreizen also nur unsere Stiftung Warentestisierung der Gesellschaft stoppt die vorteilbringenden Irrtümer Produktion und Multiplikation Dadurch ist dann der Wähler nicht mehr ein Lobbyist wie der Willen also LWW mit vorteilbringenden Irrtümern irgendwelcher Sparten und dann haben wir die wahrscheinlich auf Dauer beste aller möglichen Welten erreicht Ja und jetzt fehlt jetzt nur noch dass alle Basismitglieder ein Mitglied von die Basis hat ja jetzt einen offiziellen und formellen Antrag gestellt beim Vorstand der Basis die Basis möge konsensieren darüber doch bitte die Next Scientist for Future als Experten mit hinzuzuziehen bei allen Diskussionen mal schauen ob es eine Pseudobasis demokratische Partei ist was ich fürchte dass da diktatorisch entschieden wird und diese dieser Antrag einfach in den Mülleimer geschmissen wird oder was die Basis konsensieren wird und ob die Basis konsensieren wird ohne dass es vorher zu Anhörungen gekommen ist was natürlich dann völlig unsinnig wäre und in Wirklichkeit das Gegenteil eines basisdemokratischen Vorgehens wäre denn man muss ja das worüber man entscheiden will auch lange genug anhören und ja also ich glaube jetzt habe ich alles beschrieben also ich fasse zusammen die heutigen Tagesthemen waren eine sensationelle Sendung ist erschienen die Zerstörung der Basis natürlich nicht 18 Millionen Klicks aber mit ein paar guten Argumenten und jetzt sollte sich die Basis einige der Argumente zu Herzen nehmen manches ist nämlich berechtigt und manches ist halt falsch weil neoliberal denn diese Vorstellung Freiheit über alles wäre gut diese Freiheit über alles hat uns ja gerade das Elend gebracht nämlich die sozusagen Ausbreitung der Vorteilbringenden Irrtümer in den Sparten und die Durchseuchung der Weltbevölkerung mit den Vorteilbringenden Irrtümern der Sparten wodurch dann die Weltbevölkerung zu Lobbyisten wieder willen wurde und teilweise mit körperlicher Gewalt und Aggressivität quasi diejenigen Vorteilbringenden Irrtümer verteidigt und sozusagen gelehrt hat die ihnen selber schaden ja das heißt und dafür haben aber wiederum diese neoliberalen eben keinen Blick dafür sind sie nicht klug genug der neoliberalismus ist ja einer der größten intellektuellen dummheiten der menschheit der marktradikalismus das ist sozusagen nur wissenschaftler die nicht bis drei zählen können fallen auf solche konzepte rein auf solche illusionen rein das freier markt das freier markt unschädlich sei dass also kein konzern jemals auch nur irgendeinen vorteilbringenden irrtum entwickelt hätte wie zum beispiel zum beispiel hier wenn wir hier die ernährungssparte nehmen ja die ernährungssparte kein konzern hat jemals den irrtum entwickelt ja zucker ist doch ein gesundes lebensmittel und deswegen ist es doch gar nicht schlimm wenn wir überall zucker reintun nein so etwas ist nie passiert dass die ganze weltbevölkerung manipuliert wurde sozusagen zuckerprodukte als viel weniger gefährlich für die eigene gesundheit einzuschätzen als sie tatsächlich sind ja und marktradikale sind so ungebildet dass sie sagen würden nein die 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 ernahrungsindustrie hat nirgends schaden angerichtet ja auch die tabakindustrie hier haben wir die tabaksparten ja die tabak und alkoholsparten nein die haben auch niemals schäden angerichtet die tabaksparte hat nie vorteilbringende irrtümer durch geldzahlungen in die wissenschaft hineingepumpt und die dann wiederum in die weltbevölkerung und hat dadurch die leute alle glauben lassen rauchen sei viel weniger gefährlich als es tatsächlich ist nein aus Sicht des neoliberalen ist das nie passiert also man kann sagen der neoliberalismus der marktradikalismus ist sozusagen die schlimmste pseudowissenschaftliche dummheit die ein wissenschaftler überhaupt begehen kann ja ich glaube das war's und ich hoffe sie haben diese sendung richtig schön schnell gedreht weil ich ja heute wirklich glaube ich ziemlich langsam gesprochen habe weil ich manchmal doch wirklich sehr gründlich überlegen musste weil ja manches heute wirklich neu war auch für mich selber ich muss mich ja dann auch immer reinarbeiten wenn aus Seiten des Weltrates oder der Next Scientist for Future irgendeine neue Inspiration auftaucht dann muss ich mich ja auch selbst erst wieder mühsam reindenken und reinarbeiten also ich hoffe sie behalten den Begriff zwei Dinge heute Selbsterkenntnis ist der einzige Weg zur Besserung der Welt und ihres Lebens und die Stiftung Warentestisierung der Welt mit zusammen mit dem damit verbundenen Setzen von positiven Anreizen ist unsere einzige Chance die wir überhaupt noch haben als Menschheit ja Tschüssi bis bald bis 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 bis